Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren großen Runde Arion Way to the Diamond. Und heute geht's mal wieder weiter in dieser Instanz, wo wir letztes Mal auch schon drin waren. Nein. Jetzt juckt mein Fuß, das ist natürlich immer gut. Nein, ich habe keinen Mückenstich. Und es geht langsam auf Rente zu, ich bin langsam echt müde. Also eigentlich nicht, aber ich weiß nicht. Also irgendwie so ein Mittelding. So ein Mittelding. Kennt ihr das, wenn ihr müde seid, aber irgendwie keinen Bock habt, ins Bett zu gehen? Weil einfach, ich weiß auch nicht. Das ist so ein ganz komisches Feeling. Ich bin irgendwie nicht richtig müde, aber mein Kopf sagt mir, 2 Uhr, geh mal schlafen. Boah, 50.000. Na, 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 na. Boah, na, 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 na. Du, 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 du. Oi. Alles klar. Der Typ brüllt mir gerade richtig ins Ohr. Komm mal. Ich glaube, der hat es geschafft, den nochmal zu heilen. Ja, ich weiß, dass ich keinen Mana habe. Das muss mir jetzt nicht noch reinröhnen. Gott. Mal diese Frauen, ey. Alles klar. Du bist, du bist, du bist. Mach's besser. Hast keinen Mana mehr. Als würde ich das nicht selber sehen. Bin ich dumm, oder was? So. Gehen wir hier. Na, 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 na. Wieso ist deine Feder eigentlich golden? Ich hab die geupgradet. Das kann man mit einer 10er Feder und 10er Aufwertung sehen. Aber kann die dann kaputt gehen? Nein. Die geht nur noch auf 0 zurück. Das ist so geil. Deswegen. 10er Feder. Alter, ich hab mich aber gefreut. Ich hab eine Magieverstärkungsfeder forever. Kann die Magieverstärkungsfeder nicht mehr kaputt gehen? Nee, kaputt nicht. Nur auf 0 zurück, wenn sie failt heißt. Wupp. Ich hab die Magieverstärkungsfeder nicht mehr kaputt. so mein handgelenk ist auch langsam müde das tut nämlich weh nach 66 1 halb lass mich mal alleine möchte mal gucken viel spaß das habe ich gesehen Das war mir jetzt zu langweilig Okay, also die Bosse werden kein Problem Jäger werden am nervigsten, ich sag's dir Oh, ich kann Nein, ich kann noch einen Ja, kannst du Ja, boah, wenn ich jetzt low werde, ist es schlecht Aber auch noch ein 10.000 Was levelst du eigentlich nach deinem Maid Show? Ja, wohl den Guardi oder Quere Okay, pass mal auf Soll ich dich hier? Ja, ich weiß noch nicht, ich sag ja, pass ja auch Alles klar, die haben mich gerade einfach dreimal abgebrochen Richtig retardet Kann ich jetzt rein Oh, komm Ich hab keinen Hero mehr, ich hab nichts mehr Ja, ich komme Ich wurde gerade abgebrochen Deswegen kam die Healer ein wenig später Ja Ich hab jetzt das allerletzte Schild gemacht Wie weit ist es noch? Nicht mehr, oder? Nein Kann nicht rein Ich kann jetzt wieder Ja Ja Ich hab nicht genug Mana für diesen Angriff Genau Ja Ja Hm, fünf Sekunden Dann gebt mir noch 5 Sekunden weg. Das wäre eh Dings drin, richtig. Gutes! Oh! Bam! Ach ja! Machen wir den Endboss? Nee. Also lohnt nicht. Schaffen eigentlich, ne? Könnten wir schon schaffen. Mit dem Cleary habe ich den mal just for fun solo gemacht, ne? Wie lange hast du dafür gebraucht? Irgendwie 15 Minuten und dann war die Kisten weg. Ich meine, wir würden das schon schaffen, aber es lohnt überhaupt nicht. Das waren jetzt 3. 2. Das war... Hier sind voll schnell Tote, Alter. Easy. Huh. No, 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 no. No, no, no. So, letzter Mob. Für heute für mich. Oh, 30 Sekunden fast noch. Ah, ist klar, dann setze ich mich so lange hin. Wie lange waren wir jetzt hier dran? Weißt du was? Hmm... Insgesamt? Ja, hier in der Indie meine ich jetzt. Also insgesamt so... Müssten das jetzt... 24 Minuten bis jetzt gewesen sein? No. Boah. Nee, sorry. Stimmt gar nicht. Trottl. 26. Uh. So. Und... Letzter Burst. Für heute. Wort der Zerstörung. Puff. Easy. Irgendwer mehr Damage macht. Hast du resettet? Ah, ja. Aber du machst eh mehr Damage. Oder? Äh... Ja. Aber nur fast das Doppelte. Da siehst du nur. Fast das Doppelte. Nur. Fast. Ich hatte nur 17.000 ADPS. Und ich? Äh... 8.900 ungefähr. Geil. So, dann würde ich sagen, beenden wir auch hier den kurzen Part. Und sehen uns dann... In der nächsten Frische wieder. Denn jetzt gibt es erstmal einen Cut. Ich weiß nicht, wie es morgen aussehen wird. Wie wir morgen weiterleveln. 7 kann auch morgen schon 69 sein. Ich hab keine Ahnung. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja, Gute Nacht.